ja hallöchen und herzlich willkommen oder beziehungsweise guten morgen zu einem neuen ls 22 feuerwehr video auf meinem lr line hd kanal ich begrüße recht herzlich ja heute morgen müssen früh halb zehn ich hoffe euch geht es allen gut ja ich weiß gestern gab es kein video wie gesagt ist immer so ein tag habe ich das video vorher habe ich es ja angekündigt die ich auch gar nicht drauf weiter ein so ja heute ist der erste tag es wird abgerissen also beginn des ihr wisst ja wir hatten eine baubesprechung gab die tage und das läuft ja alles ziemlich schnell weil feuerwehr muss natürlich unheimlich schnell wieder erreichbar sein ja und es muss alles hier in dieser ecke auch wieder erfolgreich stehen und da kann man sich nicht viel zeit lassen ja also da wird man zusehen dass man schnellstmöglich irgendwie eine neue wache baut der bagger ist schon da meine aufgabe lkw ist auch schon da meine aufgabe wird heute erst mal sein bei diesen dings ich muss erst mal die straßensperrung machen dazu haben wir schon mal hier so eine firma die sind da und die machen jetzt machen wir erstmal jetzt hier die baten hinstellen dass wir einfach hier definitiv dann die straße ein bisschen absperren wir werden einseitig sperren es wird dann wohl auch nur ja auf der hier auf dieser spur damit ampel system wird dann hier gefahren dass dann die autos vorbeifahren können natürlich muss man für die öffentlichkeit das schon preis geben ich hätte auch alles voll sperren können will ich nicht es ist ja erstmal keine gefahr jetzt wird ja alles langsam abgerissen die autos fahren dann auch noch weg alles gut objekt wird jetzt erstmal wie gesagt hier die ganzen barken aufgestellt und dann müssen wir noch mal neue barken holen ja mit mit schild und so also das kriegen wir alles ist also die ganze arbeit hier gemacht werden muss ist ein bisschen blöd ja feuerwehrtechnisch wie gesagt ist es halt jetzt auch das gehört dazu dass wir einfach sagen okay wir müssen auch mal bauen hier würde ich sagen baue ich jetzt kann ich brauche platz mit lkw rauszufahren wenn der dann geht es hier weiter aber es halt mal nicht so ganz so einfach dann gucken wir alles richtig hinstellen hier immer ganz lustig hier dass wir das hinkriegen ja also wie gesagt es wird jetzt hier gebaut dass wir hier unser feuerwehrhaus dass der bagger demnächst anfangen kann abzureißen heute geht es erstmal nur um die absperrmaßnahmen das ist ganz wichtig dass wir das haben bagger steht wie gesagt schon die fangen jetzt an schon mal innen drin die fenster zu rauszumachen türen alles was irgendwie definitiv ja fliegt splitter alles drum und dran wird alles raus gemacht damit geht es los dass er anfangen hier weil du meinst muss ich glaube ich den lkw muss glaube ich müssen wegfahren oder es könnte gehen die fenster sind alle ausgebaut dann werden alle sachen raus die feuerwehr das fahrzeug ist 11 16 12 ist schon auf der neuen wache also auf unserer wache ist schon stationiert es ist schon rüber gefahren die kollegen haben am wochenende auch schon die spindel leer geräumt büro wurde alles schon weg gemacht also es raus ist im endeffekt ja so weit leer dafür haben wir schon gesorgt das heißt wir können es direkt loslegen dann mit der absperrmaßnahmen baustellen ganzen equipment auch sowas gehört wie gesagt zu auch sowas muss man vorgezeigt werden ich immer hier nur feuerwehr einsätze und alles drum und dran muss auch mal baumaßnahmen passieren ja ist ja immerhin für die neue feuerwache 2 das wird schon was schönes dahingestellt muss man mal gucken wie das dann aussieht ist halt ein bisschen arbeit verbunden ist klar so einfach ist das auch nicht kollegen sind alle drin reißen da schon alles raus machen rohre kupfernärten stromkabel alles schon mal locker ich sehe erstmal zu dass ich jetzt hier erstmal meine baustellenparten aufstellen kann das muss ja auch gebaut werden das ist ja auch wichtig das ist ja auch ganz wichtig wenn wir mal anfangen abzureißen wird spannend weil was ist denn das für ein baustellen schild kommt eigentlich ganz davor nehmen jetzt erstmal hier in die schüler sind das sind schild spurverengung das geht da hinten hin die spurverengung baustelle und spurverengung hier kommt noch eine querbar gehen das wirkliche ruhe ist ganz wichtig dann bauen wir das nämlich hier hin das schild dann sehen dass die autofahrer auch auf der sicheren reite und dann sehen wir das hier ein baustellen schild das sieht schon mal gut aus aber wie gesagt auch sowas gehört dazu das muss einfach gemacht werden leute darf mir nicht böse sein ja auch wenn es vielleicht ein bisschen nicht so interessant ist weil es mal kein feuerwehrauto wird aber es muss halt gemacht werden es gehört ja dazu es ist ja immerhin für die feuerwache ja das hier gebaut wird und baustelle ist halt baustelle das muss halt auch alles gemacht werden so einfach ist das nicht einfach mal so gemacht ich glaube das reicht noch nicht mehr von wagen ich weiß gar nicht wie viel ich überhaupt gemacht habe ich habe keine ahnung wie viel wagen ich gemacht habe aber wir werden sie halt aufstellen müssen einfach zum schutz wie geht es euch was gibt es neues bei euch können wir in die kommentare schreiben wenn einer lust hat was es neues gibt seht ihr es läuft doch alles dann haben wir nämlich hier die baustelle wir haben unser schönes ich glaube von den parken erreicht es gar nicht wie gesagt fakt ist text ist wie gesagt wir bauen jetzt hier die dinge auf die absperrmaßnahmen wenn die erledigt sind und alles gesichert ist die fenster draußen sind von dem objekt dann wird immer in der bagger anfangen seine tätigkeiten zu machen es muss natürlich alles abgefahren werden hier dieser ganze krimskrams da diese ganze schutz muss alles weggefahren werden da kommt noch später ein zweiter lkw das ist mir nur einer jetzt so die ampel schiller ampel muss ich auch anweisen dass die ampel hier irgendwo ist und ja das alles dann mal soweit ist alles abgerissen ist es soll ziemlich schnell gehen also wir haben das ungefähr gedacht das war so die wacke die wacke die dacke so ein ampelsystem dann kommt hier noch eine barke hin und eine querbarke die ist aber noch im stil muss ich noch geholt werden die querbarke muss noch geholt werden die ist noch nicht da so so die schilder hier weg machen das war was baustellen schild habe ich vorne schon baustelle das war das meine barke noch ich glaube ich fühle sogar er peinlich mal schön die ampel umgerissen die los jetzt noch eine bar gehen dann kommen die quer die lange dahin gestellt so gucken dass wir das alles hier ordnungsgemäß machen aber wir wollen ja nicht dass irgendwas passiert ist ja ganz klar also unser ziel ist es nicht irgendwelche bauarbeiter hier über den haufen brettern zu lassen und irgendwie keine ahnung gut dann kommt hier noch eine querbarke hin die muss ich aber noch holen die steht noch im dinge habe ich noch nicht leute also wenn es von vorne noch hinbringen ja ja das wird eine schöne wache definitiv die wird super und wenn die halt dann jemand steht sind alles ziemlich schnell passieren das hat der bürgermeister auch schon versprochen weil halt immer noch denn wir haben es juni aber wir brauchen sie halt auch so seht ihr das sind aktien und folgen die bagel gerannt so ok barken technisch sieht es blöd aus habe ich keine mehr parken technisch nicht gut aus sind ja nicht gleich noch mal holen nimmst du mal jetzt das ding her das baustellen schild wow das will nicht so wie ich will herrlich einfach herrlich weil hier werden wir dann auch noch brauchen wir ja für fahrzeuge die hier stehen also sprich bagger und also im kram das wird ja auch gebraucht ich kann mal gucken wenn die rein fahren glaube ich das hier hinzustellen ganz gut das sehen dass auch die leute genau das andere noch holen was haben wir noch ampel haben wir noch ampel und das ding hier noch die ampel brauche noch ja ich ich weiß jetzt erstmal gucken halt mal ok sehr schön aber die ampel noch hin dann muss ich noch mal kurz den aufladen ich glaube das bricht sich eigentlich netto ist wenn man und dann soll die ampel brauche noch hier brauche definitiv scheiße entschuldigung nichts gesagt immer stehen mein freund der nacht ich habe mich für die ampel hin alles ordnungsgemäß sein das ist die ampel jetzt müssen wir noch mit dem ding fahren weil die baustellen schilder die lassen erstmal jetzt hier stehen die nehmen wir es noch raus aber die stellen wir erstmal an die seite gut blim 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 wo ist das andere schild da ich fahre jetzt ganz schnell mal noch auf die wache auf des dings auf ich muss noch zwei barken holen ganz wichtig dass wir die auch haben wenn wir die nämlich dann haben dann können wir weitermachen ja und dann wie gesagt geht es ja auch schon fast los mit der ersten abriss geschichte dass da wie gesagt die sachen abgerissen werden was wahrscheinlich noch passieren wird es wird wohl auch der flutlichtstrahler der feuerwehr noch eingesetzt hier hier werden wir vielleicht noch mal holen es wird wohl auch der bagger benutzt von der feuerwehr wenn die zeug weggefahren wird wenn wir es haben können wir es ja benutzen eigentlich wurde uns gesagt dass wir das benutzen können ohne probleme ich habe wirklich ruhig heute ich war zwar hier um eine kürzere abkürzung ja wie gesagt also es wird jetzt alles vorbereitet dann werden die bagger fangen sie an der attacke abzureißen abzureißen es wird paar tage dauern ja dann muss irgendwie alles wieder neu also erstmals muss alles weggebracht werden die ganze schuld ja und wenn der erledigt ist dann wird halt angefangen hier auszuheben so ihr seht was ich hier noch stehen habe das muss auch noch hier drauf ganz wichtig warum ich mir runter so dann komme ich nicht besser mit dran das ist ein bisschen schief passt auch erwachsen wer sagt sind ja es ist halt wie gesagt es ist nicht euer großes highlight video sei schon jetzt ja das ist 25 einsätze passieren nein das passiert nicht die muss ich leider auch mal aber es wird verschmutzte fahrbahnen geben das ist einfach so darauf ist nicht irgendwie böse sein das gehört aber auch dazu dass man auch meine baustellen maßnahme macht ja das haben andere auch gemacht so prima steht dann wird es wieder hochgefahren dann fahren wir da jetzt wieder auf die wache schnell hin dann haben wir diese zwei barken wieder und dann die schilder noch hinten dann haben wir das erste schon wieder erledigt bauzeit wird paar tage dauern bis das soweit ist das ist ganz normal ihr könnt ja meine kommentare schreiben wenn ihr lust habt was wir noch so irgendwie anders machen könnten ja vielleicht gibt es den einen oder anderen bauhofexperten hier weil ich bin jetzt kein baustellen fachmann aber ich denke mal soweit habe ich das schon gut abgesichert dass da nicht irgendwelche autos rein dotzen wobei es gibt ja autos die 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 interessieren so die ganzen geschichten nicht sondern die fahren da einfach wie die gestörten drauf und baustellen scheißegal die machen ja auch illegales rennen haben wir alle schon gehabt und fahren auch in baustellen fahrzeuge rein also egal was wir machen die leute sind einfach so dann bauen wir das auf dann sieht das ja schon mal richtig gut aus dann kann man dann ruhe man kann angefangen werden zu bauen dann geht es nämlich jetzt hier los ich hoffe das funktioniert ich irgendwie sogar hochkomme ich glaube es ist eigentlich nicht ich habe mir so klar dass das nicht funktioniert oder ja doch könnte funktionieren gerade so oie 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 ist es runtergefangen hast du mir gesagt es passt doch super das kommt nämlich jetzt hierhin so als querbasen hier hin aber das kann ich erst mal vorne hinbringen dann baue ich das andere nämlich da hinten hin muss hier schon eine schwarze Ecke sein um das zu machen so jetzt kommt es nämlich hier hin mal gucken wie das aussieht ob man es so lassen kann ja das sieht doch jetzt okay aus so seht ihr dann ist nämlich hier alles wirklich zu ja dann können hier noch mal ein paar Geräte oh ist hier los, peinlich dann können hier noch ein paar Gerätschaften reingestellt werden vielleicht nur so kleine Bagger oder sowas verbrauchen ich weiß nicht was die da von ihrem Werk noch alles brauchen keine Ahnung, kenne ich mich auch nicht mit aus aber um halt wirklich alles zu machen muss eine Bagger noch rein wahrscheinlich und dann sieht das ja schon mal relativ gut aus prima dann haben wir das auch schon gemacht so was ist mir passiert ja 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 луч ein als mus ist mein zweitname angelismus das bleibt so das bleibt so ist nicht so ganz meine stärke glaube ich jetzt bescheuert gemacht schwebe aber ich muss den lkw hinfahren glaube ich der kommt anders sehr gut noch die zwei schilder tschüss tschüss sehr gut ich bin elegant ausstellen fahrzeuge frei so ja alles irgendwie ordnungsgemäß hingemacht werden das wirklich jeder hier bekannt ist stellen wir mal hier rüber dann ist das schon mal gesichert was haben wir da noch gehabt ich weiß es gar nicht verschmutzte farben ja ist ja alles hier ist ja auch verschmutzt dann denke ich mal stellen wir mal hier vorne hin oder noch einfacher eigentlich besser wäre es hier hin zu stellen weil da sehen dass die autofahrer achtung verschmutzt aber nicht hinter dem schild glaube ich hier er musste er kommt noch später nach und schilde mit 10 km h das ist ja ganz wichtig so ja wie gesagt also an baustellen ist halt immer so ja super wird jetzt hier die baustelle aufgebaut alles gut ich kann mal gucken was war das verschmutzte fahrbahn glaube ich das war jetzt mal hier hin aber noch eins baustellen fahrzeug kommt raus so dann haben wir es eigentlich soweit schon fertig dann sind wir eigentlich soweit schon durch dann haben wir jetzt erstmal die straße abgesperrt alles den ganzen gleichen bereich fangen dann an mit ja dann kommen die ersten abrissarbeiten und so weiter und so fort das ist mir komisch diese baustellen fahrzeug die mache ich eigentlich am besten hier hin ist ja egal das ist ja wie mein job mich hier zu unserer baustellen fahrzeuge frei so wie gesagt es muss alles auch gemacht werden ich weiß ein bisschen kurios oder nicht so optimal aber ich gebe mir mein bestes ich versuche es ja noch ich bin ja noch an der anfang fahrzeuge so hier die ampel hin so dann sehen dass wir alles können hier die autos vorbeifahren ja da ist hier gesperrt hier kommen dann baustellen fahrzeuge rein hier kommen vielleicht noch so ein werkzeug was die leute an ihre baustellen die machen immer hier so plätzchen hin hier ist die bagger so der misst der universum ich würde es auch schon bei den lkw hin fahren kann ich ja gar nicht von der uns das war weg jetzt hier hier wird es erstmal anderweitig eingesetzt wer kommt dann ja später zum vorschein ich will nur erstmal die mulde da reinbringen ist die nämlich auch drin weil die brauche ich wahrscheinlich die mulde weil ja denkst du wir haben ja hier jetzt schon glas also die fensterscheiben müssen ja wirklich nicht auch alles weggeschmissen werden das muss ja auch alles ein bisschen hier ordentlich gemacht werden dann lasse ich hier die mulde stehen damit die leute hier wirklich den scheiß hinkriegen so wird es mich hier aufgebaut denn da kann nämlich dann hier die ganzen sehr schön seht ihr sehr gut dann haben wir das nämlich auch erledigt da kommen jetzt erstmal der ganze schnittschnack rein so jetzt haben wir die lassen wir an die seite wenn autos kommen würden dass die ein bisschen gesaved sind sehr gut jetzt haben wir die lkw da hinten noch weg wobei der steht ja eigentlich ganz okay gut ja ist es nicht das große spektakuläre video aber wie gesagt auch das gehört dazu dass man auch bei einer feuerwehr mal angibt wir müssen ja bauen haben wir gesagt es wird diese feuer wird abgerissen jetzt ist es soweit jetzt wird es abgerissen es geht los aber wir müssen erst mal baumaßnahmen errichten bzw verkehrs absicherung ja wenn wir hier gerade eine kurve und die lkw ist rein und raus fahren da müssen wir die schuld alles sichern das haben wir jetzt auch getan ja der bagger kann dann anfangen loszulegen mit diesen abriss unternehmen bzw abriss geschichte es wird dann abgerissenes haus wenn das erledigt ist ja wird irgendwie alles aufgehoben hier wird dann ausgeschabt dann kommt irgendwann die bodenplatte drauf und dann irgendwann geht stück für stück wird dann das haus errichtet sehr gut das wäre jetzt erstmal so ja wie gesagt nichts weltbewegendes ja einfach mal auch das gehört wie gesagt dazu dass wir das mal kurz euch zeit was gemacht ist geplant ist ja aber auch die baustellenmaßnahmen müssen einfach errichtet sein dass hier gebaut werden kann ja dann schauen wir mal wie weit es dann geht wann die ganze geschichte dann losgeht mit dem neuen bau gut wenn euch das video gefallen hat ja dann lasst einfach ein like da einen daumen nach oben würde mich freuen lasst auch noch ein abo da es kommen auch wieder mit sicherheit neue videos die dann besser sind die dann anders sind mit feuerwehr wieder kommt mit sicherheit wieder ein oder andere ansatz einsatz wird passieren das kann ich euch garantieren aber auch sowas gehört dazu dass einfach auch mal gezeigt wird was das hier der plan das baubesprechung war haus wird es angefangen abzureißen abgerissen abzu es wird jetzt angefangen das haus abzureißen so deutsche spraue ist noch nicht meine zeit und dann wird man schauen wie es weitergeht gut sagen wir adios monschatos schönes feuerwehrhaus hast dort so viele viele jahre erfolgreich da was gebracht das war das erste feuerwehrhaus was hier in marschpudel stand damit hat man angefangen wie gesagt 60er ende 60er anfang 70er wo das hier gebaut ja jetzt muss da was neues hin die zeit verändert sich und auch die wirtschaft verändert sich verändert sich irgendwie alles deswegen brauchen wir das ein neues feuerwehrhaus muss auch neu gemacht wird allem drum und dran gut dann sage ich dankeschön fürs angucken wünsche euch noch einen angenehmen tag lasst euch nicht ärgern bis zum nächsten dann sage ich tschön mit öl ciao kakao arrivederci